Mit Namen Laura. Mit Namen Melanie. Mit Namen Sarah. Ein bisschen Schwedisch lernen kann ja nicht schaden, wenn man in Schweden zumindest Guten Morgen sagen kann. Guten Morgen. Guten Morgen. Fußballspielen gelernt hat Melanie Leupolz wie die anderen beim SC Freiburg. So sieht der Alltag in der Frauenfußball-Bundesliga aus. Viel Einsatz, aber ganz wenig Zuschauer. Ligaspiele interessieren in Deutschland fast niemand. Und dann plötzlich, vor zwei Wochen, spielte sie in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Zusammen mit Welt- und Europameisterinnen, das war ein Traum. Man kennt sie eigentlich nur aus dem Fernseher. Und dann mit dabei zu sein, mit ihnen auf dem Platz zu stehen. Und auch die Zuschauer, eben mehrere tausend Menschen jetzt in München waren es. 46.000, das ist schon ein unglaubliches Gefühl. 4 zu 2. Gewonnen. Und nach dem Jubel ging es erst mal wieder in die Schule. Mit Fiebern. Denn die Jüngste hatte mündliche Abiturprüfung in Französisch. Thema, die Fußball-Europameisterschaft. Sarah, wie sind die Ziele für dich und das Team bei der EM? Na ja, sagt Sarah, ich hoffe, wir gewinnen das Finale und werden Europameister. Dafür gab es eine Zwei- und eine zweifache Umarmung. Alle drei haben hier Abitur gemacht. Neben Lehrplänen sind deshalb Fußball-Magazine die Fachliteratur für die Rektorin der Max-Weber-Schule. Das ist eine schöne Sache, wenn man dann Fernsehen guckt und sagt, die hat bei mir Rechnungswesen gelernt. Oder die hat bei mir Deutsch oder Französisch, Mathematik gehabt. Ich meine, da stellt man sich da schon ein bisschen auf im Sessel. Zumal es die Mädels wie Melanie Leupholz im Nationaltrikot richtig gut machen. Leupholz. Boah, macht die das cool. Mädchen. Das ist ein Länderspiel hier. Das macht die super. Drei Freiburgerinnen bei der Europameisterschaft. Wer hätte das gedacht? Wenn uns das jemand vor einem halben Jahr gesagt hätte, dass wir alle drei bei der EM dabei sind, hätten wir natürlich erst mal, denke ich, gelacht, weil wir natürlich alle jetzt nicht damit gerechnet haben. Na ja, und wenn sie schon mal dabei sind, dann wollen sie auch etwas erreichen. Was heißt etwas? Sie wollen alles. Sie wollen den Titel oder wie heißt das auf Schwedisch? Viva Tippen! Viva Tippen!